Hallo und willkommen zurück zu Terraria. Wie ihr seht, bin ich wieder hier unten. Und ja, das wird wieder ein ganz schöner Spaß. Das war 670. Okay, wir brauchen das Key. Brand, das Cutless, Boreal Wood Workbench. True Excalibur und Knight's Edge of Rust Brand. Boreal Wood Table. Okay, Red Potion. A Tactical Shotgun. The Ivy Chest. Und ich glaube, ich stopse mal hier. Okay, also Key Brand, Cutless, Boreal Wood Workbench. True Excalibur, True Knight's Edge Frost Brand. Boreal Wood Table. Red Potion. Tactical Shotgun. Und Ivy Chest. Und Ivy Chest. Und Ivy Chest. Äh, 681 bis 720, müsste das eigentlich sein. 641 bis 86, 681 bis 720. Sollte eigentlich passen. Ivy Chest. Da fängt so 81 an, genau. Äh, Throw. Kommt hier schon die Frozen Chest. Was übrigens auch heißt. Was übrigens auch heißt. Was wir die hier schon weg machen können. Dann, äh, der Mero. Dann der Unholy Trident. Der Unholy Trident. Dann brauchen wir Frost. Frost Helmet, Breast Parade, Leggins. Dann brauchen wir Tin. Werzeichen. Helmet, Chainmail, Graves. Dann Lead. Helmet, Chainmail, Graves. Dann, äh, Plattino. Helmet, Chainmail, Graves. Dann, äh, Plattino. Helmet, Chainmail, Graves. Dann brauchen wir Or. Or. Leerzeichen, Or. Ähm. Ähm. Äh. Lead. Tungsten. Platinum. Okay, dann brauchen wir Leerzeichen. Bar. Äh. Tungsten. Okay. Okay. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? 681 müsste es sein. Genau. Das ist Frozen Chest, Mero, Unholy Trident, Frost Helmet, Frost Breast, Frost Leggins, Tin Helmet, Tungsten. Chainmail, Tin Graves. Lead Helmet. Uh. Lead Chainmail, Lead Graves. Tungsten Helmet, Tungsten Chainmail, Tungsten Graves. Um. Um. Platinum Helmet, Chainmail Graves. Um. Uh. Tin Ore. Lead Ore. Um. Tungsten Ore. Um. 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 Othing one. Wenn der könnte digit objection machen, Marcel Pain verurscht. Um. Om. Um. Um. Chandelier Tintangsenplatin Tintangsenplatin Okay, Platinum Candle Dann Candlebar Und Crown Dann ein Lead Anvil Dann Leerzeichen Brick Ne, Leerzeichen Brick Leerzeichen Brick Okay Okay, ähm Was ist jetzt hier sonst wie sortiert, oder? Okay, also, äh Tin Brick Tungsten Brick Platinum Brick Uh Tin Brick Wall Tungsten Brick Wall Platinum Brick Wall Beam Sword Sword Blade Ice Bow Ähm Frost 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 Staff Dann Wood Wood Leerzeichen H H Wood Helmet Wood Breastplate Wood Graves Und 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 Yvonne Wood Helmet Okay Tungsten Brick Platine Bar Tin Tungsten Watch Tungsten Watch Flutinen Watch Tin Jandelier Tungsten Jandelier Platinum Jandelier Platinum Candle Platinum Candle Bar Platinum Crown Lead Anvil Tin Brick Tungsten Brick Platinum Brick Tin Brick Wall 720 721 bis 760 Genau Genau, wir haben keine neuen Thronen bekommen Ich mein, das wäre auch etwas früh Wenn man es so nimmt Tungsten Brick Wall Platinum Brick Wall Beam Sword Ice Blade Ice Bow Frost Staff Wooden Helmet Wooden Breastplate Wooden Graves Und M Wood Helmet Das wäre 730 M Wood Breastplate M Wood Graves Ritch 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 Margoni Helmet Blastplate of Graves Ah, dann a Pearl Pearl Uh, Pearl Wood Helmet Breastplate Graves Dann a Leerzeichen Staff Amethyst Amethyst Topaz Topaz Saphir Saphir Emerald Rubie Diamond Okay, dann haben wir einmal Glass Nicht Glass Grass 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 Wall Jungle Wall Wall Flower Wall Jet Pack Jack Butterfly Wings Cactus Wall Cloud Einmal normale Cloud zum Cloud Wall Dann a S E R V E E T Welches der Seaweeds ist das jetzt? Das ist die Frage Geh Ah Das hat eine höhere ID Okay, das ist das PetCV, weil das ist 753 Dann a Rune Hat Rune Hat Rope Okay, um Embered Breastplate Graves Rich Margoni Helmet Breastplate Graves Pearlwood Helmet Breastplate Graves Graves Amethyst Staff Topaz Staff Sapph Sapphire Sapphire Emerald Stuff Willi Diamond Grass Jungle Wall Flower Wall Jetpack Butterfly Wings Cactus Wall Cloud Cloud Wall Seaweed Rune Hat Rune Hat Rune Rope Rune Hat Rune Hat Rune Rope Horn грannade Launcher Rocket Launcher Proximity Mine Launcher Esc Ferry Rungs Ferry Wings Slime B Slime block Dann Fla Um Flash F L E S H Flash block Dann Mushroom roll Mushroom Wall Dann Rain Cloud Rain Cloud Und dann würde der bone block Kommen Block Genau aber den bone block selber kann man ja nicht Bekommen zumindest nicht in der Version Es gibt glaube ich ne Version vom Spiel Wo man den schon kriegen kann Wo man ihn craften kann I mean crafter zu platzieren Mushroom spear Terror blade Grenade launcher Rocket launcher Proximity Mine launcher Das ist 760 Äh Äh Also geht's jetzt bis 800 Ist richtig 761 Bis 800 Äh Bis 760 Ja ok Müsste passen Fairy wings Slime block Flash block Mushroom wall Und Wayne cloud Genau Genau Let's klicken wir mal auf den bone block Um es zu analysieren Bone want Cost one bone In der Desktop Version Mining them Mining them will drop bones No way to obtain the block As an item Als 1.4 Genauer Genau Und irgendwie früher ging das aber Den als Item zu bekommen Äh ich Ich cheats mir mal kurz ins Inventar Ja Sehen uns gleich wieder Äh so Ich bin wieder da Die items sind ganz normal benutzbar Maxdeck 999 Wie man hier sieht Und Und davon bin ich mega überrascht Research 100 more to unlock To unlock duplication Wow Mal ne Frage Steht das auf der wiki Ja 100 researches Steht das im trivia Oder so Bone blocks Die werden geplaced Mit der bone vent Und Seit der 1.4 kann man sie nicht mehr Obtenen und die 1.4 ist die die Das researchen eingebaut hat Ah hier On the desktop version Console Mobile And switch Despite them being Unobtainable In worlds And characters Created in 1.4 Or later Creating a world In 1.3 Or earlier Collecting some bone blocks And then saving them In either the players inventory Or a storage Device It is possible to import them Over to 1.4 However despite them being Researchable in journey mode They can only be brought to those worlds With third party programs Ja genau Weil journey gab's ja vorher nicht Also Ja If a player does this bone block Can be freely duplicated in journey mode However This is Largely pointless aside from Collectability As bones And bone van Can be both duplicated Ja Das stimmt Aber Ähm Es ist nicht komplett pointless Weil eine bone van Wenn ich mich richtig entsinne Muss man immer die bone van In die Hand nehmen Und bones im Inventar haben Und ja Mit den bone blöcken Braucht man nur ein item Nämlich die bone blöcke Also joa Weil sie ja genauso platziert werden können Weil sie immer noch den Selben code hatten Haben wie damals Als diese items obtainable waren Die waren ja mal obtainable Äh Bone block Hier in die Kiste Äh gut Dann äh Machen wir weiter Yay Frozen Äh Slime block Bone block Wall Ah ok Slime Slime Äh Mann Wo ist die wall Ach da unten Slime block wall Ah Flash Wall Rocket Rocket Uh Rocket 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 1 Rocket 2 Rocket 3 Rocket 4 Dann der Asphalt As- Falt Block Dann Uh Pig Pickaxe Uh Cobalt Muthril And Adamantime Dump Ok The clean What am I The clean The clean Terminator Um Green Solution Blue Solution Purple Solution Dark Blue Solution Red Solution Dann Har Dann Harpy Wings Dann Bone Wings Dann Der Hamm Musch Der N E T Der Needle Burst Das Unk Banner Das Snake Banner Banner Und Der Quimsen Helmet Ok Ah Hier Also Frozen Slime Block 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 Slime Block Und Flash Block Rocket 1 Rocket 2 Rocket 3 Rocket Asphalt Block Cobalt Pickaxe Muthril Pickaxe A Green Solution Dann Blue Purple Dark Blue Red Harpy Wings Bone Wings Wings Hammush Needle Burst Unk Banner Snake Banner Ok Ich sehe Der Crimson Helm ist etwas zu früh Ich habe das Omega Banner Nämlich Omega Und dann kommt Crimson Äh Crimson Helmet Scale Male Graves Blood 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 Bger Tendo Bow they are Flash Flash Winder Dun Deade Death Bring your pickaxe Der Bloodlust Cluster Dann äh Die Leerzeichen Nicht Z Die Undertaker Dann äh Die Meatball Und dann die Rotten Fork Dann äh Snow Leerzeichen Snow Hood Snow Coat Und Snow Pants Dann Chair Living Wood Chair Cactus Chair Bone Chair Flush Chair Flush Chair Mushroom Chair Uh Work Venture Uh Bone Work Bench Cactus Cactus Work Bench Flesh Work Bench Mushroom Work Bench Mushroom Work Bench Slime Work Bench I'm trying to Snake Banner Omega Banner Crimson Helmet Crimson Scale Male Um Crimson Graves Blood Butcher Tender Bow Flash Grinder Deathbringer Pickaxe Bloodlust Cluster Und The Undertaker Was 800 Item Nummer 800 ist Okay Dann geht's jetzt von 801 bis 840 901 801 bis 840 801 bis 840 801 bis 840 um The Meatball The Watten Fork Snow Hood Snow Coat Snow Pants Living Wood Chair Cactus Chair Bone Chair Fleshchair, Mushroomchair, Boneworkbench, Cactusworkbench, Fleshworkbench, Mushroomworkbench, Slimeworkbench. Wärzeichen, Wärzeichen, Door, Cactus, Flesh, Mushroom, Livingwood, Bone, da natürlich Wings, ganz klar, a Flame, Frozen, then a Spectre, dann a Sunplate, und a Discwall, Sunplate, Discwall, dann a Skyware, Chair, where are I? It's come tables, okay. Wärzeichen, table, Skyware chair, Bone table, Flesh table, a Livingwood table, livingwood table, Da, Livingwood table. Und dann der Skyware table. Und danach wird er wieder in der Truhe kommen, also lege ich die jetzt mal rein. Okay. Wait, wo war ich? Mushroomchair, Boneworkbench, Cactus, Flesh, Mushroom, Slime. Okay. Tactus door, Flesh door, Mushroom door, Livingwood door, Bone door. Flamering, Frozen ring, Specter ring, Sunplate block, Discwall, Skyware chair, Bone table, Flesh table, Livingwood table, und Skyware table. Okay. Dann a Livingwood. Dann a Livingwood. So Livingwood chest. Livingwood vent. Chest vent. Dann an ice block, purple ice block, pink ice block, red ice block, crimm stone block, sky rare, door und naja auch die Truhe. Na gut, dann legen wir das mal wieder rein. Living with chest, living with red, purple ice, pink ice, red ice, crimm stone block, sky rare, door, sky rare, chest. Dann a steampunker, Wertzeichen. Okay, steampunk hat, steampunk shirt, steampunk pants. Dann a bee, let's say, bee head, bee shirt, bee pants. Dann a world, banner, sun banner, gravity, banner, gravity, banner. Dann a ferro, ma, ferro's math. Dann a actuators. Dann a wrench. Und zwar die blaue und die grüne. Dann a pressure plate. Und zwar die blaue und die gelbe. Blue, yellow. Dann die discount card. Discount card. Dann die lucky coin. Dann das unicone on a stick. Ja. Dann der sandstorm. In a bottle. Dann Borealwood sofa. Beach. Ball. Dann der charm. Of moves. Uh, nein. Moon shell. Star. Vial. Und. Water. Water. Walking. Potions. Okay. Hier. Warte mal, das sind keine Potions. Das sind wirklich Water Walking Boots. Also die da. Ah. Okay. Steampunker hat. Steampunker hat. Steampunker shirt. Das sind 840. 840. 841 bis 880. Ähh. 841 bis 880. 841 bis 841 bis 880. Ähh. Okay. Steampunker pants. Ähm. B hat. B shirt. B pants. World Banner, Sun Banner, Gravity Banner, Farrow Mask, Activate, Blue Wrench, Green Wrench, Blue Pressure Plate, Yellow Pressure Plate, Discount Card, Lucky Coin, Unicorn on a Stick, Sandstorm on a Bottle, Boreal Wood Sofa, Beach Ball, Charm of Mith, Der Charm of Mith, der ist 60, genau, Moonshells, Dullwild, Water Walking Boots, gut, Tiara, Princess, Äh, mit Doppel-S, Letzzechen, Dress. Äh, bitte was? 865. 865. Das ist dann das hier. Das passt auch, weil das ist, was mit der Tiara zusammen gehört. Ähm, Farrow, Rope, Äh, Cap. Green Cap. Mushroom Cap. Tem. Oh. Okay, das ist auch anscheinend ein Kleidungsstück. Ähm, Mommy. Ähm, Mommy Mask. Mommy Shirt. Mommy Pants. Cowboy. Head, Jacket, Pants. Okay, no, dann Pirate. Pirate. Hatshirt, Hatshirt, Pants. Dann a Viking, Viking Helmet. Dann a Crim-Tain Ore. Dann a Cac-T-Cactus. Ähm, Sword und Pick-Axe. Dann, ähm, Ice Brick. Ice Brick und Ice Brick Wall. Dann, ähm, Bandage, Armour, Armour, Polish, Um, Bees-Wire, Blind-Fold. Okay, Tiara, Princess Dress, Farrow, Green Cap, Mushroom Cap, Tem-O-Shane, Um, Mommy Mask, Mommy Shirt, Mommy Pants, Cowboy Hat, Cowboy Jacket, Cowboy Pants, Pirate Hat, Pirate Shirt, Pirate Pants, Viking Helmet, Crim-Tain Ore. 880. 880 bis, äh, 920. Bis 880, 880 bis 920, okay. Ähm, Cactus Sword, Cactus Pickaxe, Ice Brick, Ice Brick Wall. A Taste of Bandage, Armour Polish, Bisouar, Blindfold. Uh, Fast Clock. Um, Megaphone. Phone. Nazar. Nazar. Uh, White-Tamins. A Tree-Fold Map. Cactus. Uh, Helmet. Breast 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 Leggings. Power Glove. Light... ... Boots? Aah... Stone. Uh, let's say... Stone... hier kommt zuerst sun done moon armor bracing ok medication bandage d let's say plan c-u-u-n-t e-r hier kann der grüße mantra oder sowas coin gun lava charm ob sie jan water walking boots lava raiders water fountain was da da pure is ah hier pure water fountain ah da desert desert water fountain shade wood as well shade wood und dann shade wood door und dann shade wood platform fast clock megaphone nasa vitamins threefold map cactus helmet breastplate leggings power glove lightning boost sunstone moonstone armor bracing medication bandage the plan the plan cuts duis mantler coin gun lava charm obsidian water walking boots lava waders pure water fountain desert desert water fountain shade wood shade wood door und shade wood platform moon again zwei shade wood chests ein wird hingebaut die andere kommt hier hin genau a shade wood chair shade wood workbench shade wood table shade wood dresser shade wood piano shade wood bat shade wood sword shade wood hammer shade wood bow shade wood helmet breastplate graves und cannon und cannon und dann flare flare gun und flare letztlich vent dann einmal die bone vent dann haben wir die leaf vent okay dann haben wir flying sea carpet A 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 Mechanical globe. Landmine, okay. Landmine. Paladins shield. Okay. Shadewood chest. Shadewood chair. Shadewood workbench. Shadewood table. Shadewood dresser. Shadewood piano. Shadewood bed. Shadewood bed. Es sind 920. Gut. Es geht bis über 1000. Ah, bis 920. Okay. Das heißt, es ist 921 bis 960. Ah, 921 bis, nicht unterstrich, bis 960. Ah, bis 921 bis 960. Ah, wupp. Okay. Good. Ah, Shadewood sword. Hammer. Bow. Helmet. Breastplate. Graves. Ah, wall. Cannon. Cannonball. Flare gun. Ah, flare. Bone vent. Leaf vent. Flying carpet. Avenger emblem. Mechanical globe. Landmine. Und paladinshield. Ähm, web. Slinger. Water fountain. 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 Ähm, wir fangen jetzt erstmal mit dem Jungle Water Fountain an. Das ist der da. Dann haben wir den, äh, Corrupt. Ne, warte mal. Corrupt Water Fountain. Crimson Water Fountain. Ähm, Halo Water Fountain. Ähm, Halo Water Fountain. Blood Water Fountain. Blood Water Fountain. Den Umbrella. Dann ähm, Halo Water Fountain. Dann ähm, Halo Water Fountain. Dann ähm, Steam Panka Winks. Dann ähm, Snow Ball. Dann ähm, Ice Skates. Dann ähm, Snow Ball. Launcher. Dann die Web Covered Chest. Okay, ähm, legen wir erstmal in die Drohnen rein. Ähm, Web Slinger. Jungle Water Fountain. Icy Water Fountain. Corrupt Water Fountain. Crimson Water Fountain. Halo Water Fountain. Blood Water Fountain. Umbrella. Chlorified Ore. Steampunker Wings. Snow Ball. Und Ice Skates. Genau, noch 50. Und Snow Ball. Launcher. Dann ähm, Web. Web. Web Covered. Web Covered Chest. Jetzt. Legen wir hier eine hin. Da haben wir noch eine solche Meta. So. Climbing. Climbing. Closs. Dann kommt Ancient. 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 Ancient Iron Helmet. Ancient Gold Helmet. Ancient Shadow Helmet. Scalemail. Ancient. Graves. Ancient Necro Helmet. Ancient Cobalt Helmet. Ancient Cobalt Breastplace. Ancient Cobalt Leggings. Ancient Merkeks. Dum. Black. BELT. Boom. Stick. Wope. A Cap. Fire. Ah, Marshmallow, Marshmallow on a stick, Cooked Marshmallow, Rocket, Red Rocket, Green Rocket, Blue Rocket, Yellow Rocket, Ice, Torch, Shoe, Spikes, und Tiger, Climbing Gear. Okay, Webcover, Chest, Climbing Claws, Ancient Iron, Ancient Gold, Ancient Shadow, die drei Teile. Genau, dann Enzien Necro Helmet und Enzien Cobalt Helmet, das 960 wäre. Genau. Ähm, 961 bis 1.000. Ja, bis freaking 1.000. Das krass. Enzien Cobalt Breastplate, Enzien Cobalt Leggings, Black Belt, Boomstick, Rope, Campfire, Marshmallow, Marshmallow on a stick, Cooked Marshmallow, Red Rocket, Green Rocket, Blue Rocket, Yellow Rocket, Ice Torch, Shoe Spiked, und Tiger Climbing Gear. Okay, um, Tabi, Pink Snow, Pink Snow Hood, Pink Snow Coat, Pink Snow Pants, Pink, uh, Fret, Mana Regeneration Band, Sandstorm in a Balloon. Aber in a Bottle hatten wir ja schon. Ähm, Master Ninja Gear. Ähm, Rope Coil. Blow Gun. Blizzard in a Bottle. Okay, Blizz, Blizzard in a Bottle. Frost Burn Arrows. Enchanted Sword. Pickaxe. Pickaxe. Axe. Äh, kommt da andere auch noch? Ja, genau. War Axe. Und zwar Kobalt. Mithril. Adamantit. Okay. Gut. Wieder auch. Eater. Eater. Eater's Bone. Blend. Omatic. Meet. Blinder. Extrace. Extrace. Nador. Um. Solid. The Fire. Ember. Confetti Gun. No, it's Confetti Gun. Okay. The Chlorophyte. Um. Mask. Where it's erst called. Slantido. Um. Okay. Tabi. Pink Snow Hood. Coat. Pants. Was 80 is okay. Pink Thread. Mana Regeneration Bond. Sandstorm. In a Balloon. Master Ninja Gear. Voip Coil. Blowgun. Blizzard. In a Bottle. Frostburn. Enchanted. Pickaxe Axe. Cobalt War Axe. Smither. Ball Axe. Uh. The Pickaxe Axe. Spinner. Okay. Um. Animated War Axe. Uh. Eater's Bone. Blender Medic. Meat Grinder. Extract Nador. Solidifier. Ember. Confetti Gun. Alright. Ah. Ach ja. Okay. 1.001 bis 1.040. Das müsste eigentlich passen. Bis 1.000 oder dann 1.001 bis 1.040. Genau. Chlorophyt Mask. Chlorophyt Helmet. Chlorophyt Head Gear. Chlorophyt Plate Mayor. Chlorophyt Graves. Chlorophyt Bar. Okay. Die. Space Die. Oh my god. Is this feel to feel? Is this feel to feel? The Red. Let's say. The Red Die. And then. Orange. Let's say. The Orange Die. Yellow. Let's say. The Yellow Die. The Lime. Let's say. The. The Yellow Die. The Lime Die. Green. Let's say. The Green Die. Teal, tealdi, cyan, dye, sky blue, dye, blue dye, purple, dye, violet, dye, pink, dye, Warte mal, Leerzeichen, and Leerzeichen, black, red and black dye, orange and black dye, yellow and black dye, lime and black dye, green and black dye, teal and black dye, cyan and black dye, blue and black dye, yellow, black dye, white dye, blue and black dye, yellow dye, lime dye, green dye, teal dye, cyan dye, sky blue dye, yellow dye, green dye, yellow dye, blue dye, blue dye, blue dye, blue dye, purple dye, violet dye, pink dye, red and black dye, orange and black dye, yellow and black dye, lime and black dye, green and black dye, teal and black dye, cyan and black dye Oh, ich habe hier gefehlt, weil sky blue kommt zuerst Sky blue and black dye Dann kommt blue and black dye, dann kommt purple and black dye Uh, violet and black dye, pink and black dye Okay, dann kommt flame dye, flame Flame dye Ah, flame And Black dye Uh, green flame Green flame dye Green flame and black dye Um, blue flame Blue flame dye, blue flame and black dye Uh, silver dye Oh my god, oh my god Dann um, bright Okay um, bright red dye Bright orange dye Bright yellow dye Bright yellow dye Bright lime dye Bright green dye Bright green dye Bright teal dye Bright teal dye Bright cyan dye Bright cyan dye Bright sky blue dye Bright blue dye Bright blue dye Bright blue dye Bright purple dye Bright purple dye Bright violet dye Bright purple dye Bright pink dye und black die okay um sky blue and black blue and black, purple and black, violet and black, pink and black okay a flame die, flame and black die, green flame die, green flame and black die, blue flame die, blue flame and black die, silver die, bright red die, bright orange die, bright yellow die 1040 1041 bis 1080 1041 bis 1080 a bright lime die, bright green die, bright teal die, bright cyan die, bright sky blue die, bright blue die, bright purple die, bright violet die, bright pink die und black die gut jetzt kommen die and silver dies das heißt lehrzeichen and lehrzeichen silver lehrzeichen drei okay red orange yellow yellow lime green teal cyan sky blue blue ne warte, das ist die falsche blue um purple violet pink pink okay uh it's called intense 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 flame die intense green flame die intense green flame die intense blue flame die light nothing rainbow ant die rainbow die rainbow die intense rainbow die now comes gradient die you'll say that's an gradient yellow gradient die Cyan Gradient die, Violet Gradient die Paint... Brush? Paint... Roller? Um, Paint Red Paint, Orange Paint Under Lime Paint Red and Silver, Orange and Silver, Yellow and Silver, Lime and Silver, Green, Teal, Cyan, Sky Blue, Blue Purple, Violet, Pink Intense Flame, Intense Green Flame, Intense Blue Flame Rainbow, Intense Rainbow, Yellow Gradient, Cyan Gradient and Violet Gradient Paintbrush, Paint Roller, Red Paint Orange Paint Okay, ich hab das Yellow Paint übersprungen Wie ich hier sehe Yellow Paint Line Paint Green Paint Teal Paint Teal Paint Teal Paint Ähm 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 Cyan? Müsstet ihr Cyan haben Hier oben, oder? Cyan Paint Sky Blue Paint Blue Paint Purple Paint Purple Paint Purple Paint Violet Paint Pink Paint Pink Paint Uh Deep Red Paint Uh Deep Orange Paint Deep Yellow Paint Uh Deep Lime Paint Faber Paint Stop Deep Beauty Paint Print Paint Teel Paint Deep Green Paint Gate Paint sung Ah, deep sky blue paint, deep blue paint, deep purple paint, deep violet paint, deep pink paint, black paint, white paint, gray paint, yellow paint, lime paint, green paint, teal paint, cyan paint, sky blue paint. Das ist 1080. Gut, das ist genau die richtige Idee. Okay, 1080 bis 1120. 1080 bis 1120. Okay, blue paint, purple paint, violet paint, pink paint, deep red paint, deep orange paint, deep yellow paint, deep lime paint, deep green paint, deep teal paint, deep cyan paint, deep sky blue paint, deep blue paint, deep purple paint, deep violet, deep pink, black paint, black paint, white paint, gray paint. 1099, okay. 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 Okay, Lizardbrick und Lizardbrick-Voll. Ah, okay, das ist alles. Slash... Block... Dann, um, geht's an Orr. Palladium... Orichalcum... Titanium... Palladium, Orichalcum, Titanium... Und dann haben wir Mushrooms. Wärzeichen Mushroom. Teal... Und dann Green... Dann, äh... Sky-Blue... Flower... Yellow... M... Blue... Blue... Berries... Lime... Kelp... Dann Pink... Dann Orange... Bloodroot... Dann Red... Husk... Nicht Gast... Husk... Wir werfen Husk ein. Ein Cyan Husk... Violet Husk... Mag... Mag... Kuss... Pörbel... Genau... Dann, ähm... Ink... Ah, da... Black Ink... Dann der... Dai... Vet... Bee... Die Bee Gun... And, äh, den Begun... Dann die... Possessed... Possessed... Hatchet, der Beekeeper und Hive. Okay, Painscraper. Lizardbrick, Lizardbrickwool, Slashblock, Melanium, Recalculum, Titanium, Teal Mushroom, Green Rushroom, Skyblue Flower, Yellow Magrid, Blueberry, Slime Kilp, Pink Prickly, Old Blood, Dingens, Red Husk, Cyan Husk, Violet Husk, Purple, Black, Da sind 11.120, genau die Nummer, die es hier sein sollte. Ähm. Upsala, wollte nirgendwo lang klicken. 21 bis 60. 1.121 bis 1.160. Ah. 1.121 bis 1.121 bis 1.121 bis 1.166. Okay, ähm. Begon, Possessed Headget, Beekeeper und Hive. Honey B B B Honeyblock Hive All Quisp Honeyblock Honeybill Honeybucket Hive Vent Beanade Oh, dann steht da Gwärm Fit Fit T Globe Wirklich? Jetzt schon? Das ist doch ein Moonload Item, warum ist das jetzt schon da? 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 haben. You are good. Ach ja. Wie lange ist denn jetzt der Part? 1 Stunde 121, okay. Wir werden nicht vergessen. Und ciao.